Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD WW2. Wir machen weiter mit der Rückrunde vom vorigen Match, wo unsere Gegner doch nicht wirklich was tun konnten. Wahrscheinlich jetzt auch die Leute nicht wirklich was dagegen machen können. Mal sehen. Ich bin ja halt ähnlich wie ein Sniper. Der andere Spiel, dem merkst du sieben Schaden. Nehmt den Kommandoposten ein und sichert Berichte über die Verteidigung der Deutschen. Werfe Raum! Grenate geworfen! Ja, die beiden geworfen! Auf die Deutschen Kommandoposten! Übernehmen den Kommandoposten! Na, Glück gehabt. Ich habe gerade in dem Moment nicht geworfen. Aber ich bin ja schon in den Kommandoposten drin. Ich habe den eben schön abgelenkt. Mit dem Schießen. Oh, das war knapp. Oh, der ist gleich wieder. Ich bin ja schon in der Brücke untersetzt die, die die Deutschen zerstört haben. Dann können wir vorrücken. Verdammt, keine Munition mehr! Feindliche Abwurz! Da, am Haus überwachen. Oh, der Schuss! Noch eine Munition! Na los, Soldaten! Baut die Brücke! Ja, verraus! Die Brücke ist schlecht! Oh, die Kinnisse ist schlecht. Darf tun mir leid. Ui! Danke! Ja, Gott sei Dank. Ich muss gerne mal ein bisschen weg. Feindlicher Flammenwerfer im Einsatz. Die Brücke ist im Bau. Der Überwachungspunkt vom Haus. Boah, Jungs. Boah. Zerstört das deutsche Munitionslager, damit sie keine Munition... So schlecht hat sich noch nie ein Sieg eingeführt. Feindlicher Abwurf! Dieses Munitionslager muss zerstört werden. Feindlicher Flammenwerfer im Einsatz. Oh, da ist der Flammenwerfer. Oh, Mann. Jungs, ja. Okay, das war klug. Da hat er mich gut im Laufen. Schlechtes bin doch der Schlechteste, weil ich einfach nicht so... Schlechtes bin doch der Flammenwerfer. Sie dürfen unsere Waffe nicht abzutreten. Wie lange hat er stattdessen gestorben bin, ja. Ist wenigstens schlimm, dass das Ding jetzt grad schon wieder hochgegangen ist. Schlechtes bin doch der Flammenwerfer. Oh. Nein. Ach, Jungs. Flammenwerfer verfügbar. Ausrüsten, wenn bereit. Oh, jetzt tut's mir noch mehr leid, dass ich den Flammenwerfer geklaut hab. Rückt weiter zur Kirche vor. Wir sind unterwegs. Achtet auf die Kirche. Eskortiert diesen Panzer, damit ihr die Achtachter zerstören könnt. Jetzt begeben wir uns zur Kirche. Verbrennt sie. Sie bewegt sich. Achtet auf die Kirche. Achtet auf die Kirche. Okay. Ich muss auf jeden Fall näher ran, wenn ich den Flammenwerfer benutzen kann. Das ist ja unklar. Oh, Jungs. Oh, jeder Typ, der durch meine Hand stirbt, das tut mir so leid, ja. Oh, Alter. Wir sind durch. Irgendwie. Autsch. Ja, durch. Ah, Jungs. Oh, tut mir das alles leid. Das tut mir so leid. Das hat mir das Team echt nicht verdient. Das war echt, ne. Ja, nicht die Besten gehabt, mussten dann so kämpfen, das tut mir leid. Das war ein Match, das war einfach nur unfair. Na, lass mal gleich noch eine Runde laufen. Ich meine. So, 1, 2, 1. Ja, vielleicht, vielleicht kommen wir nochmal 2. Ich weiß auch nicht. Ah, da wollte ich eigentlich jetzt nicht so punkten. Weil das war einfach unfair. Ich hab halt echt wirklich nur die Besten dabei. Und die Gegner hatten schon Probleme. Was haben wir jetzt? Grundausbildung. Bereit ist fertig. Ja, okay. Okay. Dann könnte ich dann bitte zurück. Ach, ich mach mal ein paar Herausforderungen. Fertig. Äh, hatte ich nicht noch Befehle oder so? Da hat Befehle. Ja, geht auch voran. Alles voran. Gut, äh, sind viele raus, aber ist auch egal. So, ist hier was Neues, außer das. Das gibt's hier nochmal. Hier hinten gibt's dann die Bar. Aber ich glaub, ich würde dann erstmal hier drauf gehen. Das ist ab 40. 12 für Prestige qualifiziert. Boah. Ich kann das Ding umfärben. Äh, ich will ja gucken, was ist denn bereits. Okay. Jetzt hab ich ja noch ein Dings. Okay, wir machen Operation Neptun. Jetzt hab ich ja noch ein Aufsatz. Ist ja noch schlimmer. Ich glaub, so ein Aufsatz macht noch einen großen Unterschied. Wirklichen großen. Ne, ich weiß auch nicht, ob das mein Endprodukt sein wird, wie die Waffe dann da sein wird. Und ich kann mir vorstellen, ich ändere da auf jeden Fall nochmal was dran. Ich hoffe, ich ändere dann aber das Strand. So, ich schätze ja mal wissen, dass... Unser Feind ist hier. Sie werden uns in überwältigender Zahl angreifen, aber sie dürfen nicht siegen. Ihr werdet diesen Strand halten. Wie ich mich umgefärbt hab von Sequenz zu Sequenz. Verteidigte Bunker gegen die feindlichen Eroberer. Dieser Brückenkopf darf nicht fallen! Fuck, ich wollte snipen. Ich wollte genauso abdrücken wie der, aber leider eher. Wenn man wieder einen AFK tut. Vielen Dank auch. Werteidigte Bunker um jeden Preis! Ich habe ihn! Feindlicher Abwurf! Ah, der war gut. Dann treffe ich ihn endlich, dann kommt er noch hoch. Räumt da alles auf, aber was? Fuck! Okay, er weiß ja wenigstens wo er war. Verteidigte Bunker! Keine Munition! Geben wir Deckung! Werfen auf! Ich habe auf jeden Fall ihn aufgehalten. Das ist schon mal viel wert. Jeder Aufhalter ist ein guter Aufhalter. Ich komme eh nicht hier rein. Lenkt sich zurück! Position halten! Das ist doch nicht so gut für mein Leben. Können wir nichts nicht durch viele Objekte durch? Ich glaube, den hat es erwischt! Ich glaube, den hat es erwischt! Perfekt! Erstmal nachladen, dann kommt er wieder. Dann müsste ich eigentlich schon noch Munition wiederkriegen. Haltet den Brückenkopf! Nein! Feindlicher Flammenwerfer auf dem Schlachtfeld! Wow! Das war böser. Okay, ich muss nur den Tisch weiter in die Mitte zu halten. Oh, falsch. Was? Shit! Wir nehmen unsere Pukai! Wir nehmen unsere Pukai! Äh, gut. Hier ist einer drin. Ich brauche Munition! Ja, ich schmeiße uns! Ich schmeiße uns! Ich schmeiße uns! Ich verteidig die Pukai um jeden Preis! Ich hoffe, jetzt unten reinzukommen. Der Spiegel hat einen nehmen und nichts passiert. So, jetzt. Ich habe meinen Opfer gegeben. Ihr müsst ja ihn schnallen. Perfekt. Gut gemacht, Jungs. Gut, 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 gut. Weiter so. Dann könnten wir es ja auch beim ersten Mal schaffen. Verteidigt die Bunker! Unten kommen wahrscheinlich keine mehr rein. Noch eine Minute! Lenkt sie zurück! Position halten! Konstruktion fertig! Konnte ich erst durchlassen, ja. Noch 30 Sekunden! Fuck! Ist ja egal, 30 Sekunden. Da könnte ich beides machen und der Gegner lief es schon wieder. Das ist auf jeden Fall ein Sieg. Hier kommt sie nicht durch. Noch 10 Sekunden! Tja. Glückwunsch, meine Kameraden! Wir haben den Strand gehalten! Der Führer wird zufrieden sein! Was? Aber... Quast und Auerkel Haul ist auch ziemlich auslos. So vom Namen her. Ich würde auch sagen, wir lassen hier einfach die Folge von COD WW2 ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.